Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Wie die Menschen fangen auch Katzen an zu brüllen, wenn man ihre Zwiebeln schneidet. Das ist ein Fettsackballon und es sollte fitten Menschen beim Abnehmen helfen. Der Fettsack schluckt den Fettsackballon und wenn der Fettsackballon im Magen ist, bläst der Arzt den Fettsackballon auf. Der Fettsackballon nimmt im Magen Platz ein, sodass sich der Fettsack weniger hungrig fühlt. Der Fettsackballon ist nur temporär, aber die Blödheit der Menschen ist unendlich. So sieht es halt einfach aus, wenn man Rallye fährt. Wind und Regen in Oman. 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 Das war's für heute. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis bald. Tschüss!